Hallo und willkommen zu Was würdest du eher? Bereit für die ultimative Entscheidung? Würdest du eher jemandes Achsel lecken oder jemand deine Achsel lecken lassen? Würdest du eher als Charakter in Friends oder in Breaking Bad feststecken? Würdest du eher früh aufstehen oder lange aufbleiben? Würdest du eher bei jedem Lachen furzen oder bei jedem Weinen rülpsen? Würdest du eher 50 Kilometer zu Fuß gehen oder 50 Kilometer schwimmen? Würdest du eher sehr klein oder sehr groß sein? Würdest du eher nie wieder Geldsorgen haben oder nie wieder einsam sein? Würdest du eher einen Monat ohne dein Handy oder einen Monat ohne dein Auto auskommen? Würdest du eher die schmutzige Unterwäsche von jemand anderem tragen oder die Zahnbürste von jemand anderem benutzen? Würdest du eher kein WLAN oder keine Musik haben? Würdest du eher eine Reise oder ein Auto gewinnen? Würdest du eher ein berühmter Sänger oder ein berühmter Schauspieler sein? Würdest du eher eine Million Euro sofort bekommen oder 100.000 Euro pro Jahr für 10 Jahre? Würdest du eher einen juckenden Pullover tragen oder verschwitzte Socken? Würdest du eher 20.000 Euro oder 2 Millionen Instagram-Follower haben? Würdest du eher jemanden persönlich konfrontieren, weil er ein schlechter Freund ist oder deinem Friseur sagen, dass dir dein Haarschnitt nicht gefällt? Würdest du eher eine lustige Person heiraten, die immer arm ist oder eine langweilige Person, die immer reich ist? Würdest du eher 10 Jahre älter vom Hals aufwärts oder vom Hals abwärts aussehen? Würdest du eher einen Oscar gewinnen oder im Lotto gewinnen? Würdest du eher bei jedem Mal, wenn du Papier berührst, einen Papierschnitt zwischen deinen Fingern bekommen oder dir bei jedem Essen auf die Zunge beißen? Würdest du eher deine Nägel viel zu kurz schneiden oder sie viel zu lang lassen? Würdest du eher attraktiver als dein Partner sein oder deinen Partner attraktiver als dich finden? Würdest du eher stärker als der Durchschnitt oder klüger als der Durchschnitt sein? Würdest du eher eine unbegrenzte Versorgung mit Schokolade oder Kaffee haben? Würdest du eher eine lebende Spinne oder eine tote Grille essen? Würdest du eher für immer kostenlos Benzin oder Lebensmittel bekommen? Würdest du eher immer verschwitzt oder immer hungrig sein? Würdest du eher nur Alkohol trinken können oder nur Wasser trinken können? Würdest du eher kalte Pizza oder warmes Müsli zum Frühstück ätten? Würdest du eher alles zurücknehmen können, was du sagst oder jedes Gespräch hören können, das über dich geführt wird?